Auf dem Regio-Stellplatz hier in Laufenburg wartet ein echtes Aktiverlebnis auf euch. Ein bisschen Fußweg, das aber dazu beiträgt, sowohl die deutsche als auch die Schweizer Seite und vor allen Dingen das deutsche und das Schweizer Laufenburg zu erkunden. Ein wunderschöner Wanderweg geht über die historische Altstadt des deutschen Laufenburgs hindurch, führt dann über eine ganz fantastische historische Brücke in die Schweizer Seite hinein, auf die Schweizer Seite im Bereich des dortigen Laufenburgs, dann über einen Panoramaweg, der ein bisschen sich über die Berge schlängelt und dann auf der anderen Seite wieder über eine Brücke auf die deutsche Seite zurückführt. Man läuft dann unglaublich bequem hinein in das deutsche Laufenburg, wo Kultur und Genuss zusammenkommen. Also da war dann eine echte Belohnung auf euch. Es lohnt sich. Vorbild von Paul